Mit der neuen Schulanlage hier im Kleefeld sind wir für die Zukunft gut aufgestellt. Erstens werden rund 320 Kinder in modernen Hallenräumen den Schulunterricht und Tagesschule besuchen und in den renovierten Turnhallen macht der Sport noch viel mehr Spass. Zweitens soll der grosszügige Pausenraum zu einem Quartiertreffpunkt werden und drittens sind die neuen Gebäude mit Solaranlagen und Energie per Eco-Standard gut auf den Klimaschutz ausgerichtet. Ich freue mich sehr, dass hier im Kleefeld mit der neuen Schulanlage ein vielfältiger und lebendiger Ort für die Quartiere entsteht.